Musik Hallöchen, ihr Bongos Willkommen zu einem neuen Video von SamalP Ja Wir haben wieder Gäste dabei, ja Was? Und zwar nämlich ist mal wieder der Gamer Florian dabei Moin Ja, dann ist Elba wieder dabei Hallo Und diese Alexandra Hi Ach ja, und einen habe ich vergessen Night Gamer Night Gamer wird immer vergessen Haben wir schon geraubt Ja, Robin Wollen wir mal die neue Nachricht verraten Ja, unser Programm ist heute Wir wollen, äh Heute wollen wir Farm gehen Also wir wollen neue Diaz Weil wir haben beschlossen, der Möcke und ich Also SamalP hat beschlossen, dass wir Bis zur 70. Folge aufnehmen Weil wegen Baum einfach, nein Weil unser Projekt kommt nicht so gut an Und es scheint auch etwas langweilig zu sein, wenn hier bald nicht mal was passiert Und deswegen wird das Projekt in der 70. Folge abgebrochen, also beendet Vielleicht gibt es auch nochmal irgendwann eine Fortsetzung, wer weiß es Ähm Und ja, deswegen kommen dann auch mehr Minigames von uns Und Adventure Map kommt Und bei mir kommt Und von mir kommt mal bald was alleine mal wieder Ja, Fußballmanager 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 ist gerade denn in drei Wochen Mein erster Part Ja, das war eigentlich die Nachricht, Möcke Ja Das war Robin mit der Nachricht Und was machen wir genau in der 70. Das war die Nachricht Ach, jetzt kommt das Wetter Es scheint hell Es scheint hell Robin, was machen wir genau in der 70. Folge Ja, sorry, das habe ich vergessen In der 70. Folge gehen wir alle Also die jetzt hier drauf sind Natürlich noch mit Yunus Der kann heute nichts aus Irgendwie welchen privaten Günther Privat, ja Ähm Gehen wir ins End und wollen den Ender Drachen killen Und wenn alle sterben, wird das Projekt beendet Und dann Und wenn nicht alle sterben Und wenn wir alle überleben Rein zufällig vielleicht Wird auch beendet, denn es ist ein geiler Schuss Dass jeder überlebt hat Ja Ja, und deswegen gehe ich Mirko, ich Jetzt farm Dias So ein bisschen damit für Dier Sie haben Ja, ich auch Ersatzschwert Mit Florian kommt nicht mit Also nicht mit uns Er kann alleine farm gehen Was auch immer Ja Deswegen gehen wir jetzt wieder farm Ist vielleicht für euch etwas langweilig Aber wir müssen Und wir brauchen Endappellen Ja, und Der Ja, wir brauchen Endappellen So, jetzt habe ich die ersten 5 Minuten geredet Ja, bisschen besser Ja, ist doch gut Ist doch schön, dass du mal ein bisschen da warst Das nennt zu labern also Wer will mit farm gehen Oh, das sind ja viele, Florian Ähm, Robin, wo bist du jetzt eigentlich? Ich muss sowieso farm gehen Was? Komm, lass uns jetzt los Wollst du los, Brückum? Ja, ich will jetzt jemanden suchen Bist du Lara? Lass uns los Nein Ja, ich geht Ja, und lassen wir sie einfach mal hier ganz in den Sticht Also ich habe beide Mädels mit am Start, ne Wuhu, 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 wuhu Er labert nur so ne Kack Wach Hier, Alexandra kommt mit und Lara kommt mit Sind das? Ähm, Alexandra ist, heißt nicht Alexandra, das ist Julia Ah, siehst du? Lara, wo bist du? Äh, ich bin in meinem Haus, warte ich mal Ja, wo ist dein Haus? Mein Haus ist da, wo nicht dein Haus ist Ich hab dein Haus gefunden Ja, das ist geil, ne Ja, das ist echt geil Sieht auf jeden Fall besser aus als das von Florian Das muss ich leider zugeben Mein, mein Haus hat Style, das hat Swag, genauso wie ich Ja Kommst du, Lara? Ja, was? Ich, ich muss doch, äh, mir ne Spitzhacken craften Robin Ich hab genug Nein, ich hab noch eine Wollen wir hier fahren Äh, drei, vier Ja, warte, ich mach noch eine neue, äh, Eisenspitzhacken Das sieht gut aus, ich hab alles mit Ja, äh, Möge und ich starten ja den nächsten Adventure Map Da müssen wir noch gucken, welche wir machen Ja, genau, wenn wir schon mal an dem Punkt sind Ja Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, oder so, schreibt uns einfach eine private Nachricht Am besten gleich Am besten mit Download Link und vielleicht kurz erwähnen, was es für Ende ist und dann Ja, wir werden die Adventure Map zu dritt aufnehmen, ne? Vielleicht Das war ja der Plan Ja, auch vielleicht auch mal zu zweit Auch zu zweit, aber wenn, äh, aber wir sind wahrscheinlich auch zu dritt, dann ist der Junus dabei Junus möchte mit uns der Jump-Roop Kann ich runter, Möge? Springe einfach runter, das ist ein ganzes Mal gegen Tier Juhu Ähm, hast du Fackeln dabei? Nein, da nicht runter, da nicht runter Warte, wir müssen... Soll ich den Schnellgang nehmen oder nochmal? Oh, ich hab Coole gefunden Juhu ganz runterkommen Lass mal einfach... Wir müssen ja jetzt in die Tiefe kommen, was heißt, wir gehen Hier gehen wir jetzt runter Ja, okay Geh hier runter Nee, ich bin ein Loch Ja, ich hab... Komm, ey, schlag mich nicht, man steht kein Frauen Komm runter Wow Wow Immer Doppelgang machen Da kommt erst mal von Küpern gegen So, ich geh hier weiter Und dahinten ist es Skeletto, wir müssen mal hier weg Ich geh hier Bisschen so Ich geh hier Ich geh hier mal einfach so Hast du Fackeln mit? Äh, nö, runter ins Wasser schnell Was Wasser? Oh, ich hab Fackeln Schnell, ich brauch deine Hilfe Ja, ich hab auch welche Ich sterbe Ich seh dich nicht Schnell, ich sterbe, ich hab nur noch ein halbes Herz Bau dich ein Und das Skeletto Wo denn? Beim Wasser Äh, wo sind wir jetzt? Äh, F3 Ich seh das nicht Das kommt in die Richtung meiner Richtung Vierunddreißig, joha Wow Da Okay, okay, okay Oh, da kommen schon wieder Zombies, Alter Ja, geh weg Leuchtet unbedingt hier aus, das ist total hier Das ist Maragd Bau dich hier, äh, irgendwo ein, Digga Na, das geht so lange wieder Ey, Digga, ey Hier kamen grad so viele Ich wollte ja irgendwie in die Tiefe und bin ein bisschen sehr schnell in die Tiefe gehen Ja, ein bisschen zu schnell Ähm Da tiefer und da Was haben wir hier? Ne, da geht's schon wieder hoch Ah Wie tief sind wir denn schon? Klingt eigentlich ganz gut Oh, da ist schon wieder ein Skelett 19, 18, 17, gleich wieder gut Und Küper hinterher 5, 14 Jetzt hab ich keine Fackel mehr, Mirko 3, 12 3, 12 3, 12 3, 12 Oder so Ja, da Hier, Bau ab, Bau ab, hier, hier, brauchst nicht so weit laufen, hier ist auch was Aber Ich saß ungern, guck mal was hier hinten ist Was denn? Wir brauchen mal ganz schnell Fackel Hol mal schnell Kohle, Holz hab ich dabei Weiche, hinter sitzen Spawner Ich hab jetzt erstmal viel gemacht, weil Wow, Küper Creeper-Spawner? Nein, das ist ein... Ah, pass auf! Hinter dir, hinter dir! Sind sie beide tot? Ja, die haben sich beide umgebaut Hast du nur ein paar Fackel? Ja, warte mal Wir müssen hier ein bisschen kämpfen, sonst wird das nichts Ja, lege die mal kurz Ich hol die mal kurz Kohle Wie krass ist das? Richtig krass, ne? Ich baue mal ganz schnell den Spawner Gib dir Level Naja, wie gesagt, jetzt Ich hab noch mal verraten Alles fertig Also, man kann nur 5 von Minuten Ich baue auch Eisen Warte, wie viel Kohle hier ist Äh, Lara, wo bist du? Ja, ich bin... Weiß ich auch nicht, dass ein Creeper Ich bin... Ich hab mir so'n kleinen Gang gebaut Ich lass ihn jetzt einfach explodieren Achso, das war Wasser Ich bring jetzt irgendwo ins Wasser Und ich hab noch toll Oh, ich hab jetzt wieder Fackel Was ich hier gefunden habe, ist total geil Ja, hier ist auch ein Spawner Ich hab da gar mal Müll mal reingeschmissen Ah, zwei Creeper So, aber anscheinend nur eine Küste Wie tief sind wir denn schon? Also noch ein bisschen tiefer, oder sind wir auf dir, Mann? Ja, wie tief... Ich bin doch schon Äh, Robin, ich glaub, wir haben's erreicht Welche Ebene muss ich denn da sein? Weiß du, wo du bist? Hier unten Sterb, Mann Höhe, so zwischen 0 und 12 sollte man sein Ey, ähm... Einen von euch hab ich gefunden... Wenn du mich gefunden hast, sag Bescheid Ja, ich hab dich gefunden, bleib mal stehen Nicht bewegen Dias, Dias, bitte Du hast ne Eisenhacke, komm her Ja, wo bin... Okay, bleib stehen, ich komm zu dir, aber... Aber bleib mal ruhig Du kannst doch noch was sagen, du kannst uns ein Dreihacke Ey, auch nochmal für dich, Lara Wenn, 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 wenn Florian Dias findet Hält ihr nix Was? Wie viele, ich guck grad... Ich guck grad, wie viele Ja, warte einen Moment, ich bin... YOLO! Wollen wir jetzt einfach YOLO hier längs kommen? Ich bin zwei Minuten bei dir Mirko, wo ist das... Komm her doch mal Ja, ich seh dich Komm her Kannst du das mal wieder aufbauen... Ich hab leider noch keine Eisenhacke Stell das einfach bei dir... Einfach da, wo die Baumfarmen ist Die... Oppesadien findest du bei uns in der Kiste Wo Oppesadien draufsteht Warte, ich bin gleich da Ja Du bist da... Ja, da bist du ja Ich bin kein kleines Kind Verhungert, man Natürlich... Nein... Du überlebst mit ein halbes Herz, du solltest aber essen Ähm... Ich hab kein Essen, hä... Hier... Hier warte, hast du äh... paar Äpfel Da hinter dir Hast du ne Eishacke für mich? Ja... Ja... Warte, ich bau dir die Dias gerade ab Boah ey, was hast du eigentlich? Ja, meine Ja, ich geb dir die, ja Ja, ist typisch... Florian ist ein geiziger Typ Ja... Vielleicht deine Glückwünsche, weil... Ich laufe mit ner Behutsamkeit, äh... herum Ja, kein Ding Verlager nur 5% Äh... Hast... Warte... Was willst du? Äh... Ja... Scheiße! Jo... So sag ich auch immer nein, gerne machen Hast du keine Fackel mehr, oder hast du mich verlassen? Ich hab dich verlassen Was?! Was trittst du mir an Was?! Und so heben macht den Mann alleine, wenn du... Nein! Halt schon wieder meine Spitzhacke kaputt, ahhh! Äh... Man schlägt keinen... äh... YouTuber Haha Stell immer vor, es gibt echt die Regeln, dass man keine YouTuber verschlagen muss Guck dir mal an, wie so weit wir Gänseanfunk sind, den würde Warte mal Ja... Ich müsste kommentieren und die anderen spielen dann alle, wa? Ja... Ui... Facebook Also ich finde, hier keine Dir-Mann, das finde ich kacke Ich finde hier auch keine momentan... Ja, du hast auch keine verdient Natürlich, egal wie welche verdient waren Wer hatte gerade sein Facebook so total ewig laut? Was? Was? Habt ihr gerade den Facebook-Ton nicht gehört? Nein Äh... Oh, sorry! Na, fragt wer es war, aber meint es selber Ja, ich habe gerade gesehen, dass man... Interessant Facebook mal offen war Oh, hier ist Redstone Interessant Ja Castle Redstone Ich habe da gerade so gesehen, so unten Oh, ich so, hey, warum ist Internet offen? Ach, hier ein Ein Nur Kohle Lol, dass ich das nochmal erleben darf Guck mal, wer gerade ankommen bei Skype Ich habe es nicht gesehen Der liebe Schmitti Lol, der, ja, das Problem ist Ja, der will eine Antwort von mir haben und das Problem ist, er wird mich wahrscheinlich gleich bei Skype anschreiben, das heißt Warte, warte, warte Ich, ich schreibe ihn kurz, das, was ich nicht anschreiben soll Doch, soll er doch Ich, immer ärgere mal Ich, ich habe keinen Ton Äh, äh, äh Ich sehe das nur, wenn ich angeschrieben bin Oh, noch Smaragd Oh, keine Diamanten Smaragde finden wir jetzt schon Ich höre Lava Hallo Äh Warte, ich muss kurz eine neue Werkbank machen Ja, eine neue Spitzhacke, eine Steilfacke Ey, Myko, sollen wir mal Schmidi einladen? Einen Koffi Mal rein zuhörig Ich hab, hast du, hast du Stickys mit? Ja, hab ich Ich weiß nicht, aber kratschen kann Ja, äh, ich brauche mal eben welche Gib mal 6 Ja, zu Schmidi, wenn ich jetzt eine Antwort von, was Bestimmtes bekomme, kann das sein, dass Schmidi tatsächlich bei der nächsten Folge, also, nächste Woche Ja, hast du 6 Dabei sein könnte Äh, ich will jetzt nämlich mal eben was crossen Naja, dann bei mir nebendran sitzt Äh, hier hast du auch ne Workbench Hast du die Lava auch so laut? Boah, mal eben mal eine Spitzhacke Was ist das denn? So Ich wurde schon ausgeleuchtet, Myko Ähm Irgendwie hab ich schon so Gefühl, wir kreuzen hier grad irgendwas Dann lach ich euch aus Da, ich wurde von ihnen angeschrieben Ähm So Fällig Ja, ich schreib mal ganz kurz Bin in, bin in Na, das macht man nicht Myko Dias Meine Ey Geh weg Ja, die klauen uns die, pass auf Das sind meine Geh weg Das sind meine Geh weg Ja, ich sammle dir auch nicht einmal Die sind privat Das sind meine, die hab ich gefunden Geh weg Nein, das sind meine Geh weg Nein, das sind meine Junge Ich, ich, ich hau dich weg, wenn du nicht weg gehst Wie diese Geh weg Ich feuer das gerade Geh weg Geh weg Hau ab Ich will dich abbauen Geh weg Dann komm doch ab mal Geh weg Geh weg Hier bleib ich stehen Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Lass das Ja, dann geht das weg Ja, dann geht das weg Lass ihn tot, dann lach ich Na, nach rechts Oh, das feuer ich gerade tot Alter Du, Ruhre Du, Ruhre Du, Ruhre Du, Ruhre Hey, das hab ich gehört Florian Alter Florian, du stellst deine verkacken Schei Schimpfwerde ein Sonst hast du gleich Stress mit mir Du bist selbst schön, du bist nicht weggegangen also Ja, da hat sie leider recht, Florian Oh, Alter Florian, geh niemals mit Florian So, und Florian, wenn du jetzt sie killst, bist du feige Ey, schlag mich doch nicht Was? Ja, lass das Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Das sind meine Dias Ich hab hier die Eisenhacke Bau dich weg Bau dich weg Bau dich weg Bau dich weg Das sind meine Dias Ich hab hier die Eisenhacke Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Ich hab hier die Eisenhacke Aufrufe auf Wörter Geh weg Ich feiere es Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Geh weg Oh my god Geh weg Ja, ich hab sieben Dias an ich habe keine Fakten mehr also für eine Kohle du hast die Hälfte meiner Fakten eingesammelt ach so hier wird es mit haben wo sie nicht mehr mögen aber keiner hinter dem möchte ich mal zeigen ah Trauer ich sehe dich nicht ich sehe dich nicht direkt vor dir ich sehe dich nicht Dias Back here Dias okay Aha der zehnte das waren eben 10 Erze mal eben wie geil und da noch eine Glück Hacke nachher drauf also Robin das sind noch die Erze ich habe noch 10 Erze in der Hand das kann das kommt jetzt wegen der Behutsamkeit ja ich nein durch der Behutsamkeit bekommen wir die Erze so und äh neidgermann hat ne Glückhacke naja können wir das verdoppeln wir können dann nachher vielleicht nochmal 20 Stück oder so raus normalerweise können wir aufhören und gehen das könnte vielleicht schon reichen ja dann äh mal so ne Frage warum ist mein Haum nicht einem Haus ich weiß es nicht hat jemand mein Bett angebracht ne es hat ja nichts damit zu tun hä wo bist du grad gespawnt äh gespawnt auch noch mal gespawnt du bist beim gespawnt du bist beim gespawnt ja ich laufe genau das Problem ist ich glaube wir müssen mal kurz kratten und dann sind wir uns rein wer da okay bis gleich bis gleich 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 gibt es nochmal Action wir müssen untertitel